Hallöchen! Guten Tag, da kommt auch der Toon. Da starten wir wieder. Da starten wir wieder. Geht das Chaos wieder los. Es ist green. Es ist green. Es sah voll schön aus. Oh, man fliegt voll übers Dach. Das war lustig. Voll die Rampe. Warte, wenn man an dieser Kante runterspringt. Warte, Skispringen. Skispringen. Ja, genau. So sieht Skispringen aus. Heute legen wir uns mal wieder mit dem Gesetz an. Das wird eine Sache, die wird auch wieder mehrere Folgen dauern. Denn wir wollen jetzt die Mission starten, dass wir mit einem hohen Kopfgeld überleben. Das heißt, wir müssen erstmal ordentlich unsere Ehre runterbekommen, hohes Kopfgeld bekommen und so halt. Aber das wird eigentlich, glaube ich, ganz lustig. Ja, das denke ich auch. Also, wie sieht dein Ehrenstand momentan aus? Ey, was macht deine Ehre bis dein Ehrenbild? Im grauen Bereich. Oh, okay, dann sollte ich vielleicht erstmal ein bisschen... Also hell, von da in der Richtung hellgrau, also... Ja, ich bin so zwei Schritte hinterm vollen, also nicht... Ja, mit zwei, wir werden jetzt mal ein paar unschuldige Menschen abgeschlachtet, ne? Da bin ich auch bei. Aber wir können Schlagerei in dem Saloon, Saloon, der Saloon in Rose Rockets, müssen wir sagen. Das sind immer selten. Warte, ich muss aber erstmal was essen. Safety first. Oh, stimmt, essen. Und was ich wieder machen werde, weil... Moment. Ich habe nämlich die Minigab ausgeschaltet für den Anfang. Weil es hat sich auch da... Oh, warte, falsch gedrückt! Da ist voll das Fliegevieh bei mir so im... Oh, tragisch! Ja, wenn da... Weiß nicht, das ist in Rhodes voll krass irgendwie, dass du da die ganze Zeit diese Viecher hast, die so... So auf dem linken oder rechten Ohr. Ich gehe baden. Okay. Also schön, sehr schön. Willst du mit mir baden? Ah, wunderbar. Oh, komm, wir baden zusammen. Ja, wir baden zusammen. Hätten wir jetzt irgendwelche komischen Fans, die Fan-Fictions schreiben würden, würde es jetzt losgehen. Aber wir haben keine Fans und keine Fan-Fictions schreiben. Ja, dann... Na ja, können wir schon. Also in der Qualität, in der normale Fan-Fictions geschrieben werden, das schaffe ich auch. Ja, sicher. Vielleicht würden wir dann ja mal, wenn wir ein bisschen Fanservice anbieten, doch mal Aufrufe generieren. Ja, wenn zwei Menschen weiblichen Geschlechts... Oh, geil. ...gaming... ...und dann solche Anspielungen machen, also... Ja... Aufrufe! Klicks generieren! Nein! Richtig, klick, geil. Boah, wie schnell bist du eigentlich? Wie lang? Ja, ich renne halt! Mann, Mann, Mann! Rennst du schneller? Nee, ich bin einfach dumm. Ich hab grad noch die andere falsche Rennsteuerung im Kopf. Ach so, von Forrest? Meinst du von Forrest? Von Forrest? Was hatte denn Forrest für eine Renn... Weiß ich nicht. Nee, ich hatte jetzt von Horizon Zero Dawn. Ach so, oh ja, genau. Stimmt. Einfach erstmal L... Das ist ganz anders. Ja, genau. Und dann schlecht beim Höhen. Aber das ist doch auch bei Forrest so, glaub ich. Ja, stimmt. Deswegen hatte ich damit jetzt diesmal keine Probleme. Da ist mir auch egal, Mann. Herr, das stört mich jetzt, dass sie da so zieht. Ja... Oh, die eine sieht schön aus... Die Frau! ...so schönes Knallt an... Also du schwer dreht, sehr so... Oh! Oh. Müssen sich auch noch plündern und dann müssen wir auch noch... Ist aber sehr ruhig, ne? Ähm... Nochmal drei Pflegen treten, weil wir haben sie, glaub ich, noch nicht getötet. Nee? Weiß ich nicht. Hm. Oh, da hinten steht... Und er spielt einfach wieder weiter. Lalalalalalalala! Das war ein hässlicher Hut. Diese Mode gehört verboten. Boah, ist ja auch... Kann ich das Essen essen? Nee, okay. Schade. Kann ich das Essen essen nehmen? Ist auch nicht sehr Corona-safe. Ach, guck mal, der feine Herr hier. Der hat auch... Boah, dich tritt ihm grad voll in die Eier, ne? Also richtig. Also... Alter, was hast du getan? Ich hab auch schon im Blut gesehen. Clean. Einfach clean. Ich hab einfach schon im Blut gesehen. Ein cleaner Headshot. Zigarre! Ehhhhhh. Hmm. Branny. Äh, was sind denn das da oben? Für Teile oben rechts in der Ecke war das schon immer da? Dieses unter dem Geld? Diese zwei Punkte und dann steht da ne Zahl und dann steht da noch ne rote Zahl. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, äh, wir sind voll in der Aufnahme, aber ist mir egal. Ach, was sagst du denn? Was warst du denn? Oh, bist du gesucht, Lisa? Ich bin nicht gesucht. Ja, ich aber. Warte, ja, okay, warte kurz. Ähm, muss ich jetzt, okay, okay, da geht's voll ab gerade. Ja, bei mir ist grad ein, ähm, sorry, an der Stelle. Ich muss mein Netz berichten. Ach so, ist es runtergefallen. Ich bin aufgestanden, weil ich dir das zeigen wollte, bin auf mein Kabel getreten, hab damit mein Controler, mein Controller und mein Headset runtergeschmissen und dann war alles. Ach, alles kaputt. Ja. Wir müssen gesetzes Hüter abschnetteln. Ja, das, das zieht am meisten ab. Das war ja schon immer so. Ja, ich bin schon wieder komplett in der Mitte. Ja, du hast ja auch, äh, ja. Irgendwie wird mir auch hier nichts. Kann ich bitte auf diese Schachtel? Oh, jetzt kommt Actionmusik, aber irgendwie juckt es bei mir keinen. Schulterschuss. Oh. Oh, ich bin erschrocken, dass da jemand um die Ecke gekommen ist. Oh, das bist nicht du. Oh, ich muss nachladen, das hat mich gestört. Düm, dum, 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 dum. Ah, ich denke mal, steig auf den Zug, das ist gut zum Abhauen. Ja, das stimmt. Ah, safe. Erstmal aus dem, aus dem Gesuchtbereich raus. Mit dem Zug. Wie ich einfach immer noch nicht gesucht bin. Warum eigentlich nicht? Äh, bitte, 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 bitte. Freunde, ich stehe hier auf dem Dach und habe gerade alles, was sich hier um mich herum bewegt hat, abgeschnetzelt. Und es interessiert keinen Menschen hier. What the fuck? Vielleicht dachten die alle, ich wäre das. Ich check's halt nicht. Jetzt ist, ja, gut, also. Oh, mein Pärtschken. Ich glaube, ich muss mal einfach wieder mein Pärchen wechseln. Einfach wieder Abwechslung. Kann ja auch mal seine andere Pärde reiten. Ach, jetzt bin ich auch mal gesucht. Oh. Oh je, jetzt kommen die aber. Na ja, absteigen. Ich find's schön, dass wir in letzter Zeit die Folgen immer nach Gefühl aufnehmen. Wie, nach Gefühl? Von der Länge her. Achso, ja, stimmt. So, oh, lass mal Schluss machen. Okay. Ich glaube, das Folgen Ende. Ungefähr, Pi mal Daumen. Oh, ich bin tot. Äh, von nem Spieler. Ja, ja. Ähm. Ich bin wieder gesucht. Haben wir jetzt schon keine? Hast du aus Versehen ein Spiel? Habe ich ein Spieler aus Versehen? Nein, habe ich nicht. Aber das ist auch ein Roter gewesen. Also der war rot, der ist bestimmt nicht nett. Oh. Der ist bestimmt nicht nett, so. So, ganz süß. Der ist bestimmt nicht nett. Der ist rot markiert, der ist bestimmt nicht nett. Awww. Ich hab jetzt Angst. Ich glaub, die sind besser als wir. Ist das nicht schwer? Ja, ich wollt grad sagen, das ist echt nicht so. Also ne Kunst ist das jetzt nicht besser zu sein als wir. Ich hab 7 Dollar Kopfgeld. Aber das Ding ist, wenn wir auf so ner Map sind mit solchen Leuten, dann wird's richtig schwer zu überleben mit nem Kopfgeld über 10 Dollar, das ich schon bald habe. Weil die mich dann einfach einsammeln. Ja, vielleicht. Das haben wir noch nicht erlebt. Ja, das wär natürlich spannend mal im Gefängnis zu landen. Das würd ich halt... Wir wurden ja einmal so krass verfolgt irgendwie. Also ich wurde einmal krass verfolgt, weil... Ja. Weiß ich nicht. Aber da war ja kein Spieler mitbeteiligt. Ja, ja. Genau. Das war dann eigentlich auch lame. Läh. 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 Ach ne, das ist ein Zeuge. Der kann gerne mal... Nein, das ist ein Zeuge. Das ist mein Zeuge. Lass ihn mal... Wieso? Kannst du... Ja, aber dann kommen... Ja, aber dann kommen Gesetzeshüter. Die will ich doch. Ach so. Ich will meine Gesetzeshüter haben. Ich will sie. Ich möchte sie haben. Ach so. Ich möchte, dass meine Freundin mich besuchen. Okay. Okay, jetzt kommst du nie wieder zu mir. Stell... Stehst du schon gleich auf dem... Äh... Hanging... Hanging tree... An nem hanging tree. Are you... Are you... Are you... Are you... Coming to the tree... I can't... 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 Ja, von der einen Seite habe ich den... Ich versuche weit wegzurennen, dass ich den wirklich wegsnacke. Weil du nie erledigen kannst. Ja, ist aber oft nicht so schwierig... äh... nicht so leicht gegen alle. Von allen Seiten. Also es ist ja nicht so eine schöne Location hier wie im Blackwater. Ja, entschuldige auch. Ist ja nicht so... Oh, da kommen ganz viele, steig mal auf. Bist du da? Ja, ja. Ah, da bist du. So direkt neben mir, Alter. Ja, ich bin auf die Gesetze wieder fokussiert. Oh, ich hab gegen einen Baum geschossen. Der böse Baum. Hallo? 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 Hätte ich so einfach auf... Ja, ich so einfach auf... Ja, aber hier auf dem Rückflug einfach hin ist auch so zu zielen. Ja, aber normal hat man ja immer so einen Magnet. Mhm. Aber der war grad irgendwie weg. Magnet. Ich war das jetzt auch automatisch. Wie ein Magnet. Aber du beschreib den, du beschreib den Effekt ganz gut. Ja, oder? Den Magnet. Ah, da können wir wieder ein bisschen... Ja, ja. Ja, komm. Ja, komm. Ja, los! Warte, ich würde gerne ein bisschen wenden. Wenden, Wendemanöver! Achtung! Boah! Boah! Oh, hier direkt neben uns. Hallo, können Sie bitte... Oh! Oh! Sehr gut. Stolz. Meine Ehre wird einfach nicht abgezogen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ja, erstmal bitte ein bisschen beruhigen. Oh, falsche Richtung, da sind gesetzt. Oh! Oh! Boah! Ja, stimmt. Am Arsch! Mein Pferd könnte ein bisschen... Also es geht noch, aber... Ein dickig Tier. Ich beiß mal kurz in mein Pizzastück. Ja, das bisschen Pose zwischendrin muss auch sein. Äh... Also, da war ich... Da war ich... Beete meinem Pferd füttern. Nur das Beste für mein Pferd. Ohne Beete. Der hat mich wieder gefunden. Mich nicht. Aber wie? Aber wo? Aber warum? Meine Ehre wurde erhöht. Wegen dem Pferdefüttern. Natürlich. Äh... Ja, was... Wie kannst du auch? Mal, was bin ich auch für ein Mensch, dass ich meine Tiere fütter. Ja. Ekelhaft. So... Ich bin so ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Äh... Es ist plötzlich verdunkel geworden. Was ist denn hier passiert? Äh... Das nennt man Nacht. Das ist so der Zustand. Ja, aber so plötzlich. Das kommt in der Regel langsam. Es gibt sowas wie Dämmerung. Vielleicht ist Winter in Rhodes. Oh. Das liegt halt. Du armes Ding hier drüben. Oh ja. Aber dann... Wenn wir den annehmen, wir müssen definitiv den Herrn annehmen, weil wir dann Ehre plus kriegen. Ja, stimmt. Umrennen? Erschieß ihn. Erschieß ihn mal. Ich kann ihn nicht erschießen. Nee, ich kann ihn nicht erschießen. Ich kann nur Hilfe anbieten. Steig mal ab. Vielleicht kannst du ihn dann erschießen. Oder mit einem Messer oder so. Das probieren wir jetzt. Oh ja, mit einem Messer wäre natürlich auch interessant. Kannst du mit einem Messer probieren? So drauf hier zu rennst und mit einem Messer abstichst. Geht das? Mhm. So. Ja. Es ist ein bisschen... Ähm. Fahr zur Heule. Wollen aber gemein sein. Kannst du ihn nicht zu in der Knarre irgendwie... Nee, geht nicht. Ja? Oh. Nee. Kannst nicht abdrücken. Nee. Scheiße. Na dann nehmen wir einfach an, ne? Hilfe anbieten. Na gut. Und jetzt sofort abknallen. Oh, ich glaube da wird eskortiert werden. Perfekt. Kannst du ihn glaube ich abdrücken. Na oder? Nee. Nee. Oh. Jetzt müssen wir einfach... Das ist ein Scheiß. Kannst du ihn einfach von... Sollen wir einfach von ihm wegreiten? Geht das? Was passiert jetzt? Weiß ich... Oder wir können... Können wir ihn um... Nee, wir können ihn... Weiß ich nicht. Was ist, wenn wir nicht da abliefern, wo wir ihn abliefern sollten? Ja, komm. Genau. Hol dein Pferd. Und dann fangen wir einfach Stress... Oh. Äh, das sind gesetzlich... Nein, das... Oh. Ich hab nichts gemacht. Achso, wahrscheinlich weil wir gesucht wurden. Das könnte ja ein Grund sein. Oh. Äh. 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 Warte, wir müssen doch nicht sterben können. Äh, nein, wieso geht er denn jetzt auf meinen Rücken? Ja, Alter, das ist ja auch... Hm. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Warte, warte, wir müssen ihn loswerden! Wir wollen nicht nett sein! Das ist nicht unsere Mission. Kannst du absteigen und ich kann ihn umrennen? Kannst du ihn umrennen? Ja. Äh. Er muss auf jeden Fall sterben können. Ja, das stimmt. Ah, er ist tot! Echt? Ja. Nice. Äh, nice! Nice! Erfolg! Ermittlung? Was für eine Ermittlung? Ja, ich werde gesucht. Ach komm! Das ist mir hier zu bunt. Oh lol. Äh. Leb doch nicht mehr! Ja. Er sitzt da drüber drauf. Er ist tot und sitzt da rum. Hä? Sitz da rum. Von unten. Genau, von hinter uns ist jemand hinter uns. Ja, das seh ich auch. Bei uns ist auch jemand. Aber das ist ein normaler Mensch, glaube ich. Ja, das ist ein normaler Mensch, dann... Oh, das hat das Pferd anonymisiert. Oh, das hat jetzt Ehre verringert! Pferdetönen ist, glaube ich, auch ne Methode, um, äh... ...und Ehre abgezogen zu bekommen. Boah, das ist aber voll assi. Ja, eh! Bei Menschen! Ja! Ja, da-dang! Kannst ja auch anfangen, Hunde zu töten. Da ja auch ne Methode. Oh, nein! Ich kann keine Hunde mit töten. Also, ich hab das einmal aus Versehen gemacht, aber... Was? Darüber reden wir nicht. Ja, darüber reden wir nicht. Das ist ja ne dunkle Zeit gewesen. Oh. Oh, den hattest du schon. Alter. Ich bin halt eh, deswegen nehme ich lieber Repetiergewehr. Damit kann man dann häufiger schießen, aber... Äh... Ach, weiß ich nicht. Könnte ich auch machen. Weil ich finde, so mit Rol-Wolva muss man trotzdem auch... Trotz... Also... Mh... Ich schieß ja gerne mit beiden... Äh... Wie nennt man das jetzt so viel? Ah, ich finde das auch ganz gut. Weil... Achtung. Hä, wo ist denn der? Hä, der ist irgendwo im Sumpf unterwegs. Hä, was ist der denn für einer? Der richtige Outlaws gerade. Voll cool. Partner aus dem Crime. Ja. Muss mein Pferd schriegeln. Wir sind nicht Bonnie und Clyde, wir sind Lisa und Paula. Lisa und Paula. Hier mit unseren 0815-Namen. Geil. Bonnie und Clyde. Nein. Lisa und Paula. Lisa, Paula! Wieder fertig gelacht. Ähm... Kann man die Hütte kaputt schießen? Schade. Ein... Ein unachtsamer Fischer. Ich schieße ja alles kaputt. Aber da sind wir hinter uns ein paar Gesetzesjüter, die kann man doch noch ein bisschen begrüßen, oder? Sicher. Ja. Ich striege mein Pferd. Ich striege mein Pferd. Hat nen Mord gegeben. Ich striege mein Pferd. Ist doch nicht tot! Mein Pferd striege! Oh. Da hab ich auf Streise geschossen. Oh, ich kriege wieder Ehre, weil ich mein Pferd striege. Ah, das ist die Munition, glaube ich. Jetzt habe ich da ne Munitionsanzeige. Ah! Warte. Ja, das habe ich auch. Ja. Was ich hier ausgerüstet habe. Ja. Da sind unschuldige Menschen, die sind besonders einfach... Ja! Unschuldige Menschen! Mord! Gut so. Gut so. Gut so. Gut so. Gut so. Weiter geht's. Wo bin ich jetzt? Ah, immer noch nicht im grauen Bereich. Alter. Ich bin auch wieder ein bisschen hoch, weil ich mein Pferd ge... Ja, also Pferd pflegen, das geht ja auch gar nicht. Das ist ja... Nein, nein. Das ist ja... Ja, hier... Ich krieg nen Frieden zum Weltpreis, weil ich mein Pferd geschriegelt habe. Oh, noch mehr unschuldige Menschen. Ja, dann gönn dir. Goddammit! 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 Hm. Da ist noch jemand. Ja. Ey! Sie haben sich ganz genau am Hinterkopf getroffen. Hey! Hey! Was wagen sie noch zu nehmen? Hä? Aber sie haben Hinterkopf getroffen! Oh. Ob das so stolz ist nach Zorn-Denise? Zorn-Denise würde ich dann nicht... Keine Rebellie empfangen. Ich glaub das... Aber ich möchte trotzdem mal nach Zorn-Denise. Oh! 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 Huch! Ich glaub, die mögen uns nicht. Ja, weiß ich auch nicht, wie die da drauf kommen. Aua! Versteh ich auch nicht. Schnell weg vielleicht, wenn wir nach Zorn-Denise reinreiten wollen. Äh, wollen wir jetzt doch reinreiten, ich weiß nicht, ob das so schlau die Idee ist. Ah, okay! Bist du gesucht? Bist du gesucht? Bist du gesucht? Nö. Ja, ich auch nicht. Na dann. Ja dann! Oh, guck mal, ich möchte ihn sandwichen, aber es ist Sinn. Oh, guck mal! Ich möchte ihn sandwichen! Oh nein, das wäre... Das wäre nicht höflich. Lass uns doch mal holen! Oh, ich bin mit raus. Was willst du machen? Das Hausjahr angucken. Ist das nicht von dem Bürgermeister? Ja, ist... Ja, müsste es sein. Der Bürgermeister? Ja. Ist das das? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es aussah. Ich habe es zu lange nicht mehr gespielt. Warte, ich muss gucken. Wo wir sind. Das ist... Die Mission... Ja, das ist das vom Bürgermeister. Die hatte ich so lange angezeigt, diese Mission, weil ich einfach so war... Nein! Ich mach die in Ruhe. Das ist halt so geil. Oh, ist das so. Haben ein Haus. Ich weiß nicht, diese Bilder finde ich gruselig. Die würde ich jetzt nicht so gerne... Oh, es vibriert. Oh. Hier haben Vibraisels drin. Das können wir über 100 Jahre brauchen, müssen wir das finden. Wie du denkst, wieso du Bekloppte gegen diese Türe jetzt und ich bediene einfach, versuche das mit der Türklinke zu bedienen. Ich setz mich hier auf das Sofa. Da kann ich mich nicht. Das ist dumm, dass man sich hier nicht hinsetzen kann. Man kann ja auch nicht runterspringen. Ich guck'n dämlich hoch. Hoch. Ah, das ist noch ausbaufähig. Mann, Mann, Mann. Oh. Das ist echt so. Oh. Bibliothek. Warte, Adlerauge. Ach, Adlerauge gab's ja auch noch. Ah, da war ja was. Wie ging das denn nochmal an? In Binnen sitzt es aber. Du musst es mit, warte, mit beiden Sticks runterdrücken. Ach ja. Oh, danke. Bitte, bitte. Oh, hier ist ein Klavier und eine Hafe. Das ist gar kein Klavier, das ist ein... Hafe und Hafe. ...Chembalo. Halfpipe. 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 Das kommt aber glaube ich nicht, wenn man es selber sieht, oder? Soll eigentlich, aber manchmal erkennt es es. Ja, momentan ist YouTube irgendwie ganz komisch drauf. Also bei mir werden gerade so viele Thumbnails. Thumbnails irgendwie. Thumbnails, die Thumbnails. Das ist... Ja. Blalalalalala. Blalalalalala. Hä, aber wo bimmelt's hier? Ich werd verrückt. Ich werd verrückt? Ich werd verrückt? Ach, du grüne Neun. Ach da, hä? Nee, ist das eine Lampe? Nee. Ah! Hä? Ach, ich glaub das war schon mal. Das hab ich schon mal ganz lange gesündigt. Ich hab irgendwie ein Déjà-vu. Ja. Ist das draußen? Sicher? Auf jeden Fall draußen im Garten. Ja. Soll ich nicht noch finden, wo draußen im Garten. We are all in this together. We are all in this together. Ja. Hä? Ja. Ich höre es klimpern und es macht mich kirre. Ist das vielleicht auf dem Balkon da oben? Oben auf dem Balkon, könnte auch noch sein. Oh my god. Ja, oben ist wahrscheinlich dann die logischsten Lösung. Und da sind ja auch Treppen. Das ist ja schön. Unser Luxus. Unser Luxus-Bude. Ja. Es wär mir viel zu groß das Haus. Voll geil, aber... Ja, hier liegt es auch auf Küche. Hier liegt es auch auf Küche. Tarot-Karte. 10 der Kelche. Schön, schön. Wirklich schön. Ich finde, wir sollten da zum Pavillon gehen und... Uiuiui. Ja, gut. Boah, fast tot. Wollte ich auch mal versuchen. Oh, wie schön die Welt aussieht. Oh, guck mal. Guck mal, ich steh hier oben drauf. Hallo. 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 Ich mag dich nicht. Ich möchte da auch drauf stehen. Bis gebaden. Oh. Oh. Hallo. Hallo. Warte, kann ich hier hier Emote? Ja. Äh. Hallo. Ja, klasse. Tschüss. 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 Tschüss.